Als der Maler Samuel Morse 1837 in Amerika aus einer Staffelei ein paar Blechresten und einer Wanduhr seiner Großmutter den ersten elektromagnetischen Schreibtelegrafen in Betrieb genommen hatte, später nach seinem Namen den Morse-Apparat genannt, beflügelte er damit eine in Wissenschaft und Technik damals und bis dahin noch ganz junge Praxis. Die Nutzung von einfachen gestalterischen Standards und technischen Normen zur Optimierung von Prozessen, in diesem Fall von Kommunikationsprozessen. Der erste Standardisierungsausschuss der Weltgeschichte, die sogenannte Metrische Konferenz, hatte damals gerade erst in Paris stattgefunden, dort ging es um die Harmonisierung von Längenmaßen. Diese Konferenz von 1799 markiert den Beginn einer Institutionalisierung von Standardisierung. Die Zeit von Samuel Morse unmittelbar nach der französischen Revolution ist als Hochzeit von Standardisierungsprozessen in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Kein Zufall, denn Krisen- und Umbruchszeiten gelten in der Geschichte als gute Zeiten für kulturelle und technische Innovationen. So wird vermutlich auch der jetzige Übergang in die digitale Zeit im Rückweg als die Zeit der Normenbildung in die Geschichte einmal eingegangen sein. Die drei in ihrer radikalen Reduktion aufgeräumten Zeichen des Samuel Morse, wir sehen das da, kurz, lang, Pause, dit, da, Pause. Heute noch jeden Abend übrigens im Fernsehen zu hören vor der Tagesschau, das weiß auch, ich wusste es zumindest nicht, sind in ihrer Abstraktheit ein gutes Beispiel für die universelle Anwendbarkeit von Normierung. Ein einfaches Zeichensystem garantiert eine hohe Ökonomie der Informationsübermittlung, die eine der Voraussetzungen kultureller Interaktion, nämlich der Übersetzungsleistung, ist. Standardisierung und Normierung sind sowohl zu Morses Zeiten als auch heute, Herr Keipel hatte da eben auch schon von gesprochen, außerordentlich konflichtträchtige Prozesse. Die zeitgenössische Kritik an Mors hat an Hohn und Spott nicht gespart, denn Standardisierungsprozesse sind stets begleitet von der Angst vor dem Verlust an kultureller Identität und Alleinstellung und von der Kritik, dass die Normierung immer zulasten einer differenzierten Betrachtungsweise gehen müsse, so eine Art von Schicksalsschlag der Normierung. So auch bei der Erschließung, Werkzeug, RDA, Resource Description and Access, Betonung auf Access, das ist der Zugang, ist ein Paradigmenwechsel in den Erschließungsinstrumenten, das seit Herbst 2015 auch dank meiner Kollegin Renate Behrens nach und nach in den Bibliotheken in Deutschland und Europa angekommen ist, in der Museums- und Archivwelt aber noch etwas zögerlich, um es positiv zu nennen, beäugt wird. Hier werden allein aufgrund der unzähligen Materialarten in den Museumsdepots durchaus zu Recht andere Sachverhalte für regelungswürdig gehalten als in der Bibliothekswelt, die, so sagen wir arroganten Museen, ja nur Publikationen verwalten. Daher muss, so unsere Einsicht, nach nun knapp einem Jahr Anwendung von RDA im Museum, die Normierung stärker modular aufgebaut werden, denn nur eine kluge Modularisierung des Lädels Werks verhindert Datenmüll und das gilt es in jedem Fall zu verhindern. Renate Behrens und ich stehen hier sozusagen als zwei Seiten der Argumentation. Sie als Vertreterin, Koordinatorin einer internationalen Standardisierung, ich als Sachwalterin des musealen Nachdenkens über den in der Komplexität seiner historischen Überlieferung jeweils spezifischen Sonderfall, das einzelne museale Objekt. Das durchaus fatale museale Selbstverständnis, lauter Sonderlinge zu sammeln, hat nicht nur bei uns im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig dazu geführt, dass in den vergangenen 20, 25 Jahren eine immer unübersichtlichere Vielzahl an Werkzeugen genutzt wurde, von denen im Einzelnen schon nach Jahren keiner mehr wirklich wusste, welches Instrument für welchen Zweck geschaffen wurde und welche Funktionen es eigentlich bedient, geschweige denn, wie nützlich es im Sinne des Zugangs und des Datenaustauschs eigentlich ist. Höchste Zeit also, unseren Werkzeugkasten, unsere Besteckkästen, das fand ich ein sehr schönes Bild aufzuräumen und ein übersichtlicheres Werkzeug zu beschaffen. Da wir seit einigen Jahren alle musealen Daten, Meta- und Content-Daten in das Portal der Deutschen Nationalbibliothek einarbeiten und die bibliothekarische Datenbank entsprechend spachtend übergreifend erweitern konnten, stellen wir nun unsere museale Erschließung ebenfalls auf RDA um, in der Hoffnung auf einen Effekt, den die Wissenschaftsgeschichte die, Zitat, dominoeffektartige Durchsetzung von Normen, Zitat Ende nennt. Denn eine Norm setzt sich dann durch, wenn sie frei ist von Symbolik, allgemein reproduzierbar und in sich widerspruchsfrei. Das sind, denke ich, die wichtigsten Kriterien. Wie sieht die Arbeit ganz konkret an dieser spachtenübergreifenden Anpassung von RDA aus, angesichts der großen Vielfalt von Materialgattungen in Museen und Archiven und Filminstitutionen? Oder, um einen Aufsatz von Ihnen, liebe Frau Behrens, zu zitieren, was mache ich mit der Haarlocke in der Bibliotheksdatenbank? Jetzt übergebe ich an Sie. Ja, danke, liebe Frau Jakobs. Ja, die Haarlocke, das ist was, was mich jetzt über die letzten drei Jahre begleitet hat. Zugegebenermaßen, mit RDA erschließen wir hauptsächlich Publikationen. Ich habe aber sehr früh in diesem Implementierungsprojekt den Kontakt zur Kultureinrichtung verschiedenster Art aufgenommen, Archive, Museen vor allen Dingen. Und ich wurde immer wieder gefragt, ja, Frau Behrens, was machen wir denn mit unseren Haarlocken? Es war mir bis dahin nicht bewusst, wie viele Haarlocken sich in Kulturinstituten im deutschsprachigen Raum befinden. Und in der Tat ist natürlich die Frage danach, wie man so etwas erschließt, sehr kompliziert. Denn wer ist der Schöpfer einer Haarlocke? Derjenige, der die Haare auf dem Kopf hatte, derjenige, der das abgeschnitten hat, das Schleifchen hier drum gemacht hat. Also da eröffnet sich eine völlig neue Welt. Aber wenn wir von der Erschließung unikaler Objekte sprechen oder nicht publizierter Ressourcen, wie wir das gerne auch mal nennen, ist die Bandbreite natürlich sehr, sehr viel größer. Und wir reden hier von Archivalien, wir reden von Gemälden und Bildern bis hin zu Bauwerken, Landschaftsgärten und noch viele andere Dinge. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie muss so ein Standard aussehen, der diesen Ressourcen allen gerecht wird? Was muss dieser können? Der muss vor allen Dingen sehr flexibel sein, wenn er von der Haarlocke bis zum Landschaftsgarten alles erschließen will. Er muss gewisse Grundlagen für die Erschließung anbieten können, auf die sich diese unterschiedlichsten Materialarten und Institutionen überhaupt einlassen können. Er muss und er sollte international sein heutzutage. Er sollte es auch selbstverständlich, die gegebenen technischen Möglichkeiten bedienen können, wie Link-Data-Anwendung und solche Dinge. Und er muss in der Anwendung beständig und verlässlich sein und das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gefordert und erfahren, sonst klappt das in der praktischen Arbeit einfach nicht. Möchte der Standard-RDA das überhaupt? Möchte der so ein Standard sein für alle Ressourcenarten? Ja, das möchte er. Diesen Anspruch hat er von Anfang an gehabt. Schon in diesem berühmten einleitenden Kapitel 0 steht das RDA ein umfassendes Set an Richtlinien und Bestimmungen reithält, das alle Arten von Inhalten und Medien abdeckt. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel und wir fragen uns jetzt natürlich auch schon eine Weile, kann RDA das? Ja und Nein. Also RDA bietet zurzeit schon auch Angaben oder Regeln zur Erschließung von Sondermaterialien, vor allen Dingen im Bereich der Musik und der kartografischen Ressourcen. Mit diesem Grundprinzip in RDA, dass er ja Dinge miteinander relationiert und in Beziehung setzt und dann auch diese Beziehungen kennzeichnet. Wer ist was von wem, wer hat mit wem und diese Dinge, bietet er natürlich schon sehr viele Grundlagen, um Ressourcen verschiedenster Art darstellen zu können. Ein großer Vorteil und Ansatz im Moment auch, dass diese RDA-Community sehr international ist und gerade in Europa beteiligen sich immer mehr Teilnehmer daran und die bringen sehr viel Bedürfnisse für Spezialanwendungen mit ein. Wir haben einfach in Europa sehr viel Spezialbestände, sehr alte Bestände. RDA, der Standard an sich, hat eine sehr stabile Organisationsform, aber er ist bislang immer noch ein Regelwerk, das von Bibliothekaren vornehmlich für Bibliotheken gemacht wurde. Das muss man einfach so konstatieren. Aber um es jetzt positiv auszudrücken, was haben wir schon, was bietet RDA an? Wir haben schon Arbeitsgruppen in diesem Prozess der Implementierung im deutschsprachigen Raum eingerichtet, die sich mit Sondermaterialien beschäftigen. Das sind zum einen die Literaturarchive mit ihrem Regelwerk RNA. Wir beginnen in ein paar Wochen mit einer Arbeitsgruppe, die sich mit Bildern befasst, wirklich von der Fotografie bis zum Gemälde. All das sehr international aufgestellt. Wir haben eine Arbeitsgruppe Alte Drucke, die ist schon so weit in der Arbeit voran. Dass sie sogar schon Schulungen anbieten kann mit Schulungsunterlagen und allem, was dazu gehört. Und wir werden im nächsten Jahr eine Arbeitsgruppe zu Handschriften, erst mal mittelalterliche Handschriften, aber später auch noch weitere einrichten. Mit der gemeinsamen Normdatei, die wir ja in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum kooperativ aufgestellt haben und die dabei ist, sich zu öffnen für weitere Kultureinrichtungen, haben wir ein ganz beständiges Bindeglied für Anwendungen in verschiedensten Kultureinrichtungen. Wikipedia hat sehr früh angefangen mit dem GND-Identifier, mit dieser Nummer, die dann auf diesen Normdatensatz geht, zu verlinken. In jedem Wikipedia-Artikel finden Sie dann zu Personen über diesen Link dann Angaben, zum Beispiel aus der Deutschen Nationalbibliothek oder aus der Schweizerischen Nationalbibliothek. Hier ein Beispiel ist eine Anwendung aus dem Bildarchiv Marburg, also eine Institution, die vor allen Dingen Fotografien auch rustet und daher sind natürlich die Humboldtschwestern mit ihrem Datensatz mit verlinkt. Wir haben eine sehr solide Organisationsstruktur im deutschsprachigen Raum aufgewickelt, entwickelt in diesem Kontext RDA. Und das möchte ich betonen, weil das etwas ist, was am Anfang vielleicht unterschätzt wurde, aber das ist das, was uns ermöglicht hat, überhaupt in so kurzer Zeit diese Implementierung durchzuführen. Und viele andere Länder, die ich aus dem europäischen Kontext, vor allen Dingen auch jetzt mit denen ich in Kontakt bin, haben das nicht und können das deswegen nicht anbieten. Mit dieser European Interest Group sind wir im europäischen Raum aufgestellt. Das sind mehr als 40 Mitglieder in 25 Ländern, die hier an diesem Standard arbeiten. Und international ist das RDA Board und das RDA Steering Committee hat eine ganz festgelegte Organisation, um dieses durchzuführen. Und die sind gerade in einer strategischen Neuentwicklung und Neuaufrichtung im Hinblick auf weitere Kultureinrichtungen. Fazit ist also, dass wir durch diese strategische Neuausrichtung in den RDA betreuenden Gremien mittlerweile oder gerade im Moment und im nächsten ein, zwei Jahren einen ganz großen Mitwirkungspotenzial hier haben, dass wir uns aus dem europäischen Raum mit unseren Sondermaterialien, mit den vielfältigen Kultureinrichtungen, die wir hier haben, hier einbringen können und hier sehr gestalterisch mitwirken können. RDA selbst könnte so ein wichtiges Bindeglied zwischen Kultureinrichtungen werden, er muss aber bestimmte Grundlagen weiterhin erfüllen oder noch weiter ausbauen, er muss auf alle Fälle formatunabhängig bleiben, er muss weiter diese Prinzipien und Modelle nachvollziehen, er muss mit anderen Standards verlinkt sein, gerade im Bereich der Sondermaterialien, international und technisch umsetzbar, sollte er natürlich auf jeden Fall sein. Und was man nicht vergessen sollte in diesem Kontext, ist eine gewisse Offenheit und Akzeptanz anderen Dingen, Standards gegenüber, denn es gibt viele Arten, ein Haus zu bauen, wie man hier an diesen Bildern sieht.